So, Meinhard, jetzt sitzen wir hier, trinken Kaffee sozusagen in Nachholung und war bei der 72. Geburts-Tage, nicht wahr? Und ja, das ist ja nun mal was Heuner, jetzt hier, stimmt's? Naja, das ist doch so fein. Ja, ja, so sieht das aus, ja. Und da ist die Straße, ja, ist natürlich jetzt hier vielleicht ein bisschen Gegenlicht und schöne Musik. Komischerweise diese Musik gefällt mir hier. Es ist nicht so sehr eine Musik, die jetzt die Mythe anspricht. Ich mag nicht Hinterrhythmusik, die so sehr gefühlsbetont ist, da wäre ich abgelenkt vorne. Der Kaffee ist lecker. Ja, dann trink ich den gleich mal. Kaffee ist lecker. Ja, gut. Jetzt muss ich den nochmal in die Mikrowelle stellen, Mann. Nee, gib doch. Ja, er ist mir zu kräftig, da muss ich mehr Milch, da ist sogar. Ne, ne, ist schon gut hier. Ja, genau. Äh, eben was Vielen Dank.